Ja, 2018 findet zum letzten Mal die Prince Alec Golf Trophy statt. Hinter mir die Trophy, die noch einmal verliehen wird. 2019 gehe ich da neue Wege und andere Sachen machen. Ich wünsche allen Spielern morgen eine tolle Runde. Das Wetter wird super und wir haben viele tolle Sponsoren dabei. Wir werden sicherlich einen tollen Tag haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das sechs Jahre lang zu veranstalten. Ich habe viele tolle Menschen dadurch kennengelernt und werde natürlich weiterhin auch selber ein bisschen geholfen. Also habt Spaß morgen und behaltet die Prince Alec Trophy immer gut in Erinnerung. So ein Jahr. So ein Jahr. So ein Jahr. So ein Jahr. Und auch so. So ein Jahr. Oh, oh, oh oh, oh, oh. Oh, oh. Bis zum nächsten Mal.